Berlin, die deutsche Hauptstadt, zur Fahrradstadt machen zu wollen, darauf können nur geisteskranke Idioten kommen. Wir haben hier Gemeinschaftsregeln und wer das rigoros missachtet, ist ein Terrorist. Schafft ein Radfahrer, der einst die 30 Kilometer zum BER mit einem 20-Kilo-Koffer und seine 5-jährige Tochter? Schafft die überhaupt die 30 Kilometer? Und ob sie ihren Koffer dabei transportieren kann, das bezweifle ich doch sehr. Eine Metropole ist eine Metropole, eine Parastat ist eine Parastat, eine Metropole ist keine Parastat. Werte Damen und Herren, Ihre Forderungen bedeuten die Umgestaltung Berlins zur Hauptstadt des ökofaschistischen Terrors in Deutschland. Schon jetzt stellen Radfahrer die undisziplinierteste Bande in Berlin. Purer Egoismus, Rücksichtslosigkeit, diese Radfahrer scheißen auf ein gemeinsames Miteinander. Wenn die Bürger keine Autos mehr kaufen würden, dann würden mit Sicherheit auch keine Gelder mehr für diesen Fahrradwahnsinn aufgebracht werden können. Gibt es eine Anti-Fahrrad-Partei, da würde ich glatt mein Kreuz machen.